Malzeiten Leute, ihr Schottweberz, ich bin euer Toxic und ich bin den Wreck-It-Enix. So, Solo-Modus will weiter gespielt werden. Ich habe lange nicht mehr reingekommen, verstanden gerade, 1. Oktober oder so, November, Dezember, über drei Monate Leute. Ja, Mix & Match muss ich nochmal reizen. Da habe ich zwei Sterne, einen Sterne und so weiter. Big Leech kommt noch und dann kommt noch den Zähne, ne. Finish, vier mehr, wieso vier? Finish 4 Hardcore-Sets. Achso, ich muss noch einen, dann wird das freigeschaut. Ok, also den jetzt schaffen und dann habe ich es. Das Spiel ist nach wie vor ein Kracher, ich mache jetzt laut, das geht nicht anders. Das ist mein Schläger. Dann schauen wir mal, wie schwer es wird. Die werden ja echt sauschwer. die Dinger, ich weiß gar nicht, wie es geht, hier mit dem dranziehen. It's time. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ah. Also, ich muss doch erstmal wieder warm werden. Okay, ich weiß jetzt irgendwas, wie ich mich aufgelandet habe. Keine Ahnung. Ja, genau die sollst du nicht mitnehmen, du Ball. Aber ich spielte die mal noch fantastisch, Leute. Das ist einfach ein Master für diese Quelle. Hey, wir haben ja noch Sachen. Was ist das? No, jetzt kann man alle Körpers kommen rein. Ja, na, na. Ja, na, na. Geht doch. Komm schon. Wer füßt den mir dann? Ah, jetzt. Ja. Okay, ich glaube den hinten. Oh ja. Hallo? Wow. Kommt er? Ja, was? Gut. Ja. 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 Ja, ja. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, ein schöner Aufmerksamkeit. Komm mal! Jawohl! Wo ist denn noch was? Ah, komm! Ja, 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 ja! Ja, das war's! Das ist schwer! Okay, mach das Ganze nochmal. Das ist echt schwer, also... Man muss auch echt so ein bisschen taktieren. Here we go! Okay, ab dafür! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt habe. Ich weiß nicht, was ich denn mache. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich denn mache. Ich habe keine Ahnung, was ich denn mache. Ja, oder? Ja, oder? Outstanding! Träffige Gingern! Es gibt es wieder nicht! Jetzt! Okay! Okay! Ah! Fuck! Come on! Komm in den blauen mit da! Was gibt's denn denn? Ach das gibt's doch nicht! Jawohl! Und wieder verkackt! Das ist schwer Leute! Das ist echt schwer! Wollen wir nochmal? Das ist 6 von 7? Let's go! Ja, schön eins weg! Good swing! Okay, ich denke ich bin. Okay, ich denke ich bin. Okay, ich denke ich bin. Okay. 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 Okay... ... ... ... ... Ich habe direkt den Nuke getroffen. Das war natürlich nicht so der Plan. Ich habe direkt den Nuke getroffen. 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 Ist es noch einer? Da oben. Da oben. Ah, fuck. Three waves left. Come on! Ah, hell's wrong. Tiger Space. Ich habe direkt den Nuke getroffen. Ich habe direkt den Nuke getroffen. Jetzt machen wir zu, dass man der Nuke getroffen hat. Weiß ich nicht, also dreieße Drys. Ich habe einfach einen Zujahr gefallen. Die Apollo-Massade. Outstanding! Outstanding! You're going to have a line, huh? Outstanding! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin raus, ich bin kaputt. Time's up. Dann war es das. Okay, ich gehe wieder zum Menü. Exit. Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt. Okay, 71%. Dann muss ich das nächste Mal noch mal spielen. Es nützt ja nichts. Oder sollen wir da noch mal reingucken? Nein. Gut. Dann lasst mir trotzdem Däumchen da, auch wenn ich diesmal verkackt habe. Aber ich habe alles gegeben. Mir ist warm. Alles gut. Kauft euch das Ding, kann ich immer nur wieder sagen. Es ist ein geiles Spiel. Es läuft absolut fluffig, sieht gut aus. Und das rockt einfach. Gut. Dann schönen Abend, schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr echt mal gegen mich spielen wollt, Multiplayer oder so, ich bin echt offen für alles. Sagt einfach Bescheid. Kommt kurz auf den Discord. Oder bei uns in die Gruppe. Und dann spielen wir das gegeneinander. Gut. Ciao. Euer Toxic. Bye.